Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Vorstellungsvideo von MMOGA. Wir wollen euch vorstellen, was man mit diesem Shop eigentlich machen kann, was besonders an ihm ist, wie die Preise sind, wie das Angebot ist, die Bezahlmethoden. Und das wollen wir euch in diesem kleinen Video mal zeigen. Wir gucken uns zuerst mal auf planetkey.de die Preise von MMOGA an, im Gegensatz zu anderen Shops. Dazu gehen wir einfach mal auf die Highlights-Zeit Landwirtschafts-Signalator 2019. Wir sehen, dass MMOGA ein bisschen teurer ist als andere Key-Shops. Wir machen das nochmal bei Battlefield 5, gucken hier nochmal. Auch hier ist MMOGA ein bisschen teurer und trotzdem empfehlen wir diesen Shop. Warum? Das zeigen wir jetzt. Dazu gehen wir mal direkt auf MMOGA, aber vorher zeigen wir euch noch den kleinen Gutscheincode. Mit 3%, mit Planetkey könnt ihr nämlich ordentlich sparen. So, hier sind wir auf Battlefield 5 angekommen. Hier sehen wir die Lieferzeiten, 5 bis 10 Minuten, das ist auch teilweise ein bisschen geringer. Plattformen werden immer angezeigt. Die Preise, hier seht ihr noch eine kleine Beschreibung. Und wenn wir runter gehen, dann sehen wir Hilfe und Service. Zuerst gucken wir uns Trustpilot an, weil die Bewertungen von MMOGA sind glaube ich besonders hervorzuheben. Die sind einfach bei fast 80.000 hervorragend und wir haben auch selbst nie Probleme damit, irgendwelche Keys zu bestellen und die kommen immer an. Sollte es dennoch Probleme geben, könnt ihr euch immer an den Support wenden. Es gibt auch eine offizielle App und hier seht ihr die Bezahlmethoden. Paypal, PaySafeCard, Skrill, alles was ihr haben müsst und da könnt ihr direkt mit bezahlen. So, es gibt einen Treuerabatt. Wenn ihr ein bisschen mehr kauft, dann kriegt ihr auch noch ein paar Prozent runter. Je mehr ihr kauft, desto mehr Prozent sind das. Also ihr könnt zusätzlich unseren 3% Code dann noch zusätzlich sparen. So, als nächstes gehen wir auf Hilfe. Denn ich glaube, das ist nochmal ganz hilfreich für euch, wenn wir euch das zeigen. Ihr könnt den MMOGA Support per E-Mail anschreiben, könnt ihr direkt Anfragen machen oder auch per Live Support. Der Live Support ist erfahrungsmäßig ein bisschen, also ihr braucht ein bisschen länger, um da durchgestellt zu werden, weil es extrem viele Kunden hier Hilfe brauchen. Und ja, das ist MMOGA, wie es läuft. MMOGA ist nämlich eine Plattform, wo Großhändler quasi an euch das verkaufen. Das ist alles legal und läuft ja auch sehr gut, wie man an Trustpilot sehen kann. Als nächstes gucken wir uns mal die AGBs an. Hier können wir mal draufklicken. Hier könnt ihr alles nochmal sehen, wie das zustande kommt, der ganze Bezahlablauf und so weiter. So, hier unten rechts seht ihr nochmal die Social Media Icons. Wenn ihr den auf Facebook, Twitter oder so folgen wollt, dann macht das gerne. Das ist sehr guter Content und auch mal schöne Memes dabei. So, auf der Startseite seht ihr, dass die relativ viele Deals haben, die ändern sich immer. Und auch schöne Gewinnspiele, wie zurzeit das Adventsgewinnspiel. Hier oben rechts seht ihr, dass man auch verschiedene Sprachen einstellen kann. Wer Französisch spricht oder so, der kann das umstellen. Auch die Währungen können umgestellt werden. Wer lieber mit Pfund bezahlt, der kann das auch gerne machen. So, hier sehen wir nochmal die Produkte, die angeboten werden. Ihr seht, dass es einfach richtig, richtig viel FIFA Coins und so weiter. Wir gehen jetzt einfach nochmal ganz kurz, um das zu zeigen, auf Steam Games. Und hier seht ihr auch einfach schon mal die neuesten Spiele, die euch erwarten und die dann auch rauskommen. So, wir scrollen nochmal ein bisschen runter und zeigen euch hier nochmal, dass es einen Twitch-Stream auch von denen gibt. Da sind verschiedene Spiele drauf und hier ganz unten seht ihr nochmal die Neuerscheinungen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Es gibt sogar Nintendo Switch-Spiele bei MMOGA. So, zusammenzufassen ist, MMOGA ist nicht der günstigste Shop, aber er punktet durchaus bei der ganzen Community mit wirklich gutem Support. Es ist wirklich übersichtlich, sehr schöne Angebote wie den Adventskalender oder die wechselnden Deals. Also da kann man ordentlich auch mal was gewinnen und er ist absolut seriös und mit 80.000 Trustpilot-Bewertungen, die hervorragend sind, auch ein sehr guter Shop. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen und viel Spaß bei MMOGA. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.